und ein freundssalut wünscht euch zu einer neuen folge von jubohalla ja meine da und herren ist mal was ganz anderes denn der onkel ist dabei ja total anders hallo der nero grüße und der dynamo ja moin moin ja wenn ihr schauen in der letzten folge wo ihr in der letzten folge gesehen habt die amädchen allen stich gelassen mich verrecken lassen ja die sind halt weiterhin auf dem rückweg und ich gehe jetzt hier mal mit dem doktor rex unterwegs also auf dem weg aber passt bloß auch mit rex auf ein paar haben wir mal ein bisschen fleisch das gibt's tote ich sag's euch alle wenn der rex stirbt tue ich euch alle einzeln warum ich also ist egal wer weil ihr alle mörder seid was ja du hast aber auch schon du hast aber auch schon sagt getötet ja ein sarko da war ich level was war mit der dynamo level 10 ja kann sein ihr mörder tötest du dann auch mein vogel dynamito ich töte alles ich sag mir dann mal sag mir dann mal wenn du den gefunden hast da wollte ein bisschen dauern den zu suchen aber dann bist du mich eigentlich hier verarschen ist doch scheißegal welches level du hast getötet ist getötet du vogel einer ich sehe sonnerei ich bleibe auch noch ganz stül bist du da wo bist du gestorben auf der wüstenplanet insel also hast du die kotte offen ja ja die 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 wüsteninsel oben in der mitte oben in der mitte wo so 80 70 ungefähr der so also unten so 58 75 er 75 ok und ja so dort ist so so er so war so kleine bucht rein und dann kommen so die klippen alles klar ich gehe ich gehe nach ihm mal suchen ich gehe her mein meint mein zeug haben wir ja schon aber du suchst nach dem vogel oder nach dem vogel ja so eine so eine riesige ebene und ich bin halt von den kippen heruntergekommen würden wegen der hitze alles klar da so wohl jetzt war unser dynamite hoch das war gut weil level 103 schon das wäre sehr tragisch reich ist schon mal für level 40 ja verloben ne ja ich wollte sagen dass wir haben uns alle lebt dass ich mal ein bisschen hier rumguck dass ich auch mal was hier so da so gut seit ich das komplett mühe still nee ich versuche hier doch so horchen ob in anderen rex sind sagt er nie kurz zwischenlandung aber da muss unbedingt auf starke getrimmt werden ja habe ich schon versucht aber weil ich bin ja vor uns am anfang mit dem geflogen oder war mir dann zu lahmarschig und habe ich bin dann umgekehrt was weil wir haben ja eigentlich war unsere unsere aufgabe heute beziehungsweise also der session jetzt hier die wir aufgenommen haben einen drachen zu finden und den zu zähmen aber wir haben keinen gefunden okay sind wir die ganze insel die ganzen inseln abgeflogen und haben gesucht den scheiß drachen aber nichts gefunden ist gefunden drache nein nichts gefunden auch nicht ohne inseln okay also wenn ihr die letzten tage nicht gesehen habt könnt ihr gerne mal reinschauen zwar viele schöne gegenden haben wir da erkundet beispiel einen schönen wasserfall wo der surgeon bald mal bauen will ja ding 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 ach das sieht auch geil aus hier drüben so bissel alles kaputt cool links logisch links rechts ist ja noch wasser immer noch die sonne mal genau in der sonne oh yes ich sehe gar nichts auf was lebst du denn lex erst mal ein bisschen leben dass er mehr leben hat und dann auf damit und halt ein bisschen ausdauer noch dazu habe ich vor uns richtig ich bin ja vor uns wo ich mein neffe das gezeigt habe hier noch runter mit dem t-rex gelaufen und haben dann auf stärke gepimpt gepimpt halt wenn du auf dem boden schaust ziemlich langsam hoch hat man gerade chilobytes gesehen onkel ich weiß nicht ob du auf dem boden im meeresboden hat man gerade chilobytes gesehen so ein meeresboden kann eigentlich gar nicht sein aber warte mal was hast du da gesehen diese komischen urkrabbelte chilobytes so ne ähm wenn du an so ein fossil denkst denkst du eigentlich so fast an die ach so ein fußboden ja genau wie kannst du auf dem meeresgrund gucken mal andere frage habe ich habe ich feiere hier auf dem floß habe so nach oben die kamera und dann habe ich unten was gesehen dann denke ich gar nicht der meeresgrund sein aber die sind ja im jahr nicht die laufen wie auf dem grund also die meereslandschaft ist noch ein bisschen unentwickelt was auf jeden fall ja noch kommen wird die informationen momentan sind das ist echt tote hose da ist jetzt stehen habe bloß geguckt nach unten das problem ist glaube wenn ich jetzt über den dinge es runter macht dann glaube ich nicht dass ich noch mal drauf kann ja also ich habe jetzt also der boden war doch stück und ich habe den boden nicht gesehen sagt was man so war vor uns wahrscheinlich eine erhebung oder so gewesen ich weiß es nicht so schreibt meine kommentare habe ich jetzt auch egal egal ich kann mir vorstellen dass das jetzt gerade so ziemlich langweilig sein wird weiß ich erzähl doch mal einen witz onkel kennst du einen witz was machen polen auf dem eis ein brechen das ist mir spontan eingefallen das ist etwas ich bin total schlechter witz erzähler also was dafür geht das wollte ich auch gar nicht hören ein toro zweiter muss da denkt sich jetzt einen moment ach so ich muss aber vielleicht mal aus dem scheiß dings nur das raus wirst du bleibst du liegen flash du auch onkel ist in den fluten verschwunden da vorne ist aufgetaubt und b-watch 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 noxie noxie naja weiß ich was die letzte session b-watch 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 da ist diese insel wo dynamo gemeint hat wieder pack das fleisch genau fliegt doch frontal voll durchgefahren durch das fluss so kurze zwischenlandung noch mal ab kurz zwischenlandung ich musste von ständig zwischenland von insel zu insel das letzte stück könnte ich auch nicht mehr weiter fliege schnell fliegen ich musste immer wieder ein klein wenig ich bin gleich wieder da bis gleich nervig ja genau jetzt sieht er da bestimmt gerade näher oder rumstehen oder schneidet es raus doch ein witz erzählen ich kenne so schöne die kann ich euch nicht mehr erzählen um sachen ist es ganz still geworden auch ich mache hier meine arbeit doch mal ein bisschen und es wird dunkel und es wird das fluss oder gefällt die ganze zeit nein das kriege ich das jetzt mit so ich entschuldige mich für diese unterbrechung mein problem ich bin gerade am nachhause rudern ach gott sieht das gerade geil aus die sonne geht unter hier sternhimmel wüste vor uns was sieht das geil aus ich folge gerade auf die schwebende insel drauf guckt euch das an mann gott sieht das super aus ja muss scheinwerfer sehr 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 schön ach stimmt ja ich habe vergessen die kamera unterzustellen das war die ganze Zeit naja egal ja ich bin zuhause ja welcome back lalalala lalalala jetzt haben wir 10 Minuten Zeit diesen Vogel zu finden weil im dunklen sieht man nämlich noch besser wo da ist wie schaut's denn aus soll ich Fleisch reinschmeißen äh ich hab schon Fleisch reingeschmissen könnt ihr euch den Wands verschlagen also Dynamo du warst auf dem großen Plateau oder äh ich wollte ja runter zum Strand aber äh ich konnte nicht wenn ich gelogen bin ok endlich wieder zuhause ich find's so dramatisch und dann suche ich jetzt erstmal so die Fläche ab hast du meine Klamotten dabei Onkel ich mach's mal hier das ist äh dem lieben Dings ich muss erstmal gucken hier und da ist das gelbe shit das gelbe ist ist deine sagst du gut dann nehme ich mal das ja rüber ähm dann siehst du mich schon ich? ich bin ja ja mich wie soll ich dich denn sehen? ich hab die Fackel an ich bin zuhause ja ich bin auch gleich zuhause ich bin ein anderer Schmitty Schmitty? wo lässt du mir sehen? Schmitty ah da kommst du angepaddelt ja ähm Dynamo warst du mehr Richtung Meerseite oder Richtung Landesinnere an der Klippe? ich war auf dem Plateau gewesen und an der Klippe richtung habe ich versucht die Klippen runter zu kommen perfekt geparkt oh noch weiter vor ok er hat noch nicht mehr noch oder Quatsch halt an jetzt ja mhm so und das wird da in den Wiesen das so so na jetzt fehlt mir hier noch Schettin hat jemand noch Schettin hier rumliegen? äh musst du mal im Rex nachgucken was gibst du mir hier alles? das ist das alles was ich von deiner Reiche habe ich hatte bloß ein Schwert mit das habe ich jetzt noch und die Rüstung das war es zu viel oder? da ist kein Schettin drin theoretisch müsste es nur dort sein ähm onkel guckst du mal äh in dem kleinen Häuschen kleinen Häuschen? im Smithy drin welchen kleinen Häuschen? ähm am großen Tor wird hier wird hier Onkel wir ich habe auch noch Sachen von dir ja aber hier das meinte der Trinne alter so meine Freunde ich muss die Part beenden ich muss äh aufhören äh wir hören uns wieder bis da noch ciao ciao Tschüss 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 achso Schmidi hat er gesagt ja ja durfte ich ein Stück hinkommen ich gebe dir gleich die Sachen zurück das Lass mal ja das eine zu ende bringen was machst du jetzt ganz Schluss oder was? oder was? hallo ja ja ich hab doch grad schätinen rein ich hab doch hier schätinen rein ach so ich muss das ja ich blöd ich bin ich doof gibt es doch gar nicht so das da rein das da rein das da rein so das tun wir auch noch mit rein das ist halt mein zeug hier reingeräumt so willst du da jetzt dein schwarzes wohl du hast ja jetzt hast du jetzt ein schwert ne ich hab's jetzt wieder zurückgebracht das war aus unserer waffenkammer das wird gerne alle meine sachen wieder haben auch die dort die drucker und durch mit den schwert rausnehmen okay also das hier war deine das muss man hier reinziehen so dass das das dann das 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 ach so das schwert das das war noch deine nachher noch eine piele in der armbrust und nicht mit dann ein paar zeugs was ich im inventar hatte und ich habe so eine so eine wasserfläche habe ich eine pickaxe habe ich nur eine pickaxe habe ich bloß eine ja ja da kannst ja auch mal ein werkzeugschrank denke ich mal reingucken weil da ist die hier reingeschmissen ne und sperr habe ich noch ja das ist das war meinst da so einer ich habe gedacht also in der pieke eigentlich noch egal ist kann ich mir selber kraften aber danke erstmal für die anderen hier oben in der werkzeugkiste ist doch hier oben ist auch noch eine eisenspitzhacke von daher die spitzhacke hast du mir schon gekippt übernehmen lila eine spitzhacke hat gefunden so vielleicht noch die nur noch zwei äxte ich habe nichts weiter ich habe den rest ist ein sortieren kristall ja 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 ich bin kristall hatte ich will nur wo ich tue die kristalle in verschieden das haben wir und vielleicht okay aber den müssten wir in der männerin die männerin alpik porsche vielleicht gar wird es ja besser so ich habe mit hier einschmeißen da kann ich nämlich mal das dahin legen dass dahin ich mich ein bisschen nach halt stopp suchen machen wir das so konsumgüter das klingt ja überall so okay kommen wir schon wieder den potpen mein lieben freunde ok danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge tschau sein tschüss